Hilfst du mit im Haushalt? Ja, hin und wieder. Ich bin jetzt nicht, da bin ich wirklich nicht so. Hin und wieder, wenn ein Mann hin und wieder sagt, dann wird da nichts gemacht. Ja, aber teilweise darf ich auch nicht helfen. Zum Beispiel jetzt beim Umzug wollte ich Sachen packen, da werde ich halt beim ersten Mal T-Shirt umlegen, kritisiert, wie das aussieht und dann lass ich's halt.